Und wir machen weiter mit Folge 6. Was wollten wir eigentlich machen? Wollten wir nicht erstmal Nebenaufträge machen? Ja, wir wollten den Pilz, wir wollten die Pilze sammeln. Ah, okay. Schnappt es aber, ja. Genau das würde ich machen, ja. Ja, was ist hier? Ja, ich will das hier. Warte E. Angriffsfristig ausgeglichen. Ziel anderer Gegner. Gehe ich den nächsten Gegner an. Äh, was Technik und Magie? Hälfte aufsparen. Gegenstände. Aber hat... Ne. Was ist mit dem Bumerang? Ähm. 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 Okay, ne, ja gut. Oh Gott, ich bin eine ganz schöne Haare hier. Machen wir mal hier. Geil. Noch nicht mal tot. Gut. Okay. Das ist dann... Na aber wo ist jetzt hier? Okay, wir müssen jetzt runter. Ne, hier. Ach dort sind überall wo diese Pilze sein können quasi. Oh Gott. 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 Warte, Zeit, Dachliegel! Atme ohne! Ich hoffe wir sind richtig zu dem Plounder, ja. Oh, Krebser. War auch gut auch. Abme! Oh, die sind eh nicht. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Weiter vom letzten Speicherpunkt. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das war so ne gewollt. Aber das tun wir nicht. Da haben wir jetzt unser Kastor. Hören wir gleich diesen Brief wieder. Da wissen wir ja jetzt wo er ist. Dann geht es direkt weiter. Hä? Oh, das müssen wir so schnell durchwohnen. Alle fit? Oh, das müssen wir so schnell durchwohnen. Alle fit? Das ist ein Mann. Das ist ein Mann, das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Und dann geht es ein Mann. Dann geht es eine야. Dann geht es. Jetzt sind wir hier. Dann geht es. Ok, also, ein Mann. aber uns so schnell gekillt das lassen wir mal lieber das lassen wir mal lieber aber woher sehe ich denn das stupe 49 ok das lassen wir ich komme hier hoch Oh Oh There's flowers Was? Yes! Weet je ook niet nog tot vroeger? Ja, dat is wel heel belangrijk. Ja, ik ben zo'n vervolgd. Hey, ob wir auch kommen, oder? Tja, wie sie sehen, sehen sie nichts, bloß ein Speichepunkt Ja Dort muss er irgendwie kommen. Nee. Vielen Dank. Sonny! Dort? Du Scheiße! Dann müssen wir hier rum Dort rum Ok 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 Dort rum Das wird mir ja gekillt hier Oh mein Igel Hier müssen wir von viel weiter ausholen Hier müssen wir von viel weiter ausholen Natürlich Und rundt die Pelosi Hier müssen wir gleich Danke refg Müller Regisse Geht's hier lang? Ah, ok. Geht's hier hoch. Oh. Oh. Taking this? Sasakiwa! What is that? We can kill this. I'm going to kill this. I'm going to kill this, I'm going to kill this. Das war der Untertitelung. Und das hier? Nichts. Ego! Gelebt im Wissenbund, wieder erstellt. Okay. Wie... äh... Wie setze ich den ein? Hier. Okay, Engelskelch. Sehr schön. Könnten wir doch gerne kommen? Ja. 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 Warte mal. Ja. 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 Ich mache nicht irgendwas zu speichern, damit ich die ganzen Kreise normal machen muss. Ein Punkt, ist ins Tal der Winde. Was ist da drin? Ich brauche jetzt erstmal irgendwo ein Punkt hier, damit ich das nicht mehr machen muss. Ach, das kommt dann zusammen, oder? Ich verstehe! Abhutzen, Radde! Ja! Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Dass es hier nichts gibt. Oh nein, 52. Nein, das lassen wir. Das ist nichts. Ach Gott. Ja. Gut. 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 Ich nehm mir nen Brief da. Geben. Sigma 8 Sekunden. Ich bin. Feilhagel 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 Ausrüstung Eilhagel 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 Eilhagel